Der Kriegshäufling befehlt es. Abmarsch. Prima, wenn der Ruf wieder etwas höher ist. Ich gehe davon aus, dass es hier ist. Wo auch immer. Ihr seht, wie hoch er dort ist. Dann bekommt ihr ... Der Kriegshäufling befehlt es. Abmarsch. Eine neue Quest von Nathanaus Pestrufer auf die Klagelied. Ein Mech für einen Goblin. Trefft euch mit Galvix an der Blickwasser-Ponanza. Ohne die Flotte der Sandalachie wird der Krieg mit der Allianz unser Untergang sein. Das bedeutet, wir werden jetzt hier oben. Zeit, Gold, ihr versteht den Zusammenhang. Okay, ich ahnte. Und jetzt bekommen wir hier 250 Artefakte. Ich bin der Konkurrenz immer drei Schritte voraus. Was geht? Okay. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Dann ... Hier 100% und hier oben sammeln. Dann machen wir das mal. Und hier oben. Prima, fertig. Abgeh. Weh! Dabei springt nichts für mich raus. Wie schön, dass ihr euch kurz fasst. Wie lautet der Plan? Lieber viel zu viel als nicht genug. Tretet her! Der richtige Mech für den Job. Gibt mir auch nochmal 300 Artefakte Macht. Jetzt sind wir schon bei 550. Fliegt immer nach Russland und verteidigt den Aussenposten. Okay. Überlasst mir am besten das Ding. Okay, Momentchen. Ich muss nur herausfinden, mit welchem Knopf man das Ding zum Fliegen kriegt. Na also, haltet euch besser fest. Dieses Teil geht ab wie eine Rakete. Es läuft mit Azerit, Baby. Oh oh, festhalten. Ich glaube, es wird zu schnell. Mein Schätzchen hat ganz schön was drauf. Die Allianz wird nicht wissen, wie ihnen geschieht. Sie erwarten nie im Leben, dass wir zusammen in einem Game Mod Chaos stiften. Und wenn irgendwas schief läuft, ist der Pannendienst dran. Volle Garantie ohne Extrakosten, Baby. Die Allianz, 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 Baby. Das war die Amp. Schnell! Schnell! 300. Los! Los! Und dann haben wir da wieder eine neue. Notwendige Vorsichtsmassnahmen. Prüfe die Systeme. Öffnet ihn. Anscheinend hat er fast kein Azeritmeer. Wir müssen ihn auftanken. So. Das ist der Ende. Testlauf Nummer 1. Mech gegen Mechadril. Besiegt. Mit Galwix, den Gamer und Okay. Oh, ist der Ende. Ja, ich lege ein Harmonieter auf ein Bild. Ups. Ja, schon nicht so gut ausgegangen. Von einem Herz aus Gold kann ich mir nichts kaufen. Okay. Jetzt haben wir Versicherungspolize. Haben wir Schadenfall? Drückt dann die Pannendienstknopf. Das Besprochene bleibt unter uns. Verstanden? Gut, dreimal gedrückt. Aha, zwei neue. Erneuerung der Versicherung. Ja, ja. Okay. Und. Blutiger Nebenjob. Hoppla. Sind wir fertig? Ich habe den Termin zur Uhrmassage. Ja. Dann haben wir ihn ja noch gerade mit. Also und jetzt gehen wir. Gorette 3. Und die Allianz von Kultiras töten 15. Gut, machen wir das einmal. Und dann schauen wir weiter. Oha. Beim ersten Loot hat es gerade mehr als einmal das Gleiche gegeben. Und das hat den Quest freigeschalten automatisch. Megadrills Schlachtpläne. Okay, die brauche ich nicht. Ja, jetzt gehen wir die auch noch suchen. Und hier? Dann sehen wir das hier zum Beispiel. Also. Weiter geht's. Ah, apropos. Das war so ein Helikopter, den ich gekillt habe. Dann hat es getrocknet. Jetzt zum Geschäftlichen. Jawohl. Dann geben wir die 3 Quests ab. Am besten nehmen wir ihn gerade mit der Flugpfeife. Dann kommen wir direkt unterhalb zum Flugpunkt hin. Gold. Das Buch. Das haben wir selten gesehen. Auf mich wartet noch ein Tag. Dann hätten wir den Arach jetzt bis zu zweit abgeschlossen. Gut. Reich werden. Wann wenn nicht heute? Noch mal sehen, wo 150 Artefakte macht. Holala. Das gibt ja reichlich Artefakte in dieser Reihe. Trinkt er. Okay. Geht jetzt. Ich habe Termine zu erfüllen. Dann machen wir das einmal. Okay. Das Ziel zeigt es hier unten an. Wir sind hier oben. Ja, warum nicht? Hier drauf ist es oben. Das war ein Jahr. Fynn ist ein Jahr Haloon. Ich kann hier unten. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Du kannst hier oben oben. Ich bin hier oben oben oben. und Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt können wir die Quest abgehen und nehmen gerne die S750 Artefaktmacht. Oh, ich sehe noch was. Oh, passt her. Weitere Quest, trefft euch mit Nathanos auf der Klagelied. Okay, das geht zum Abschluss. Wir kommen auf die Klagelied. Wir gehen hier unten, wo es zurück nach Syltasar geht. Wenn ihr hier vor dem Flugmeister steht, müsst ihr eigentlich in die Richtung. Hier unten, zu dem Boot, wo der Blutelf steht. Ja. Der Dockmeister. Und da, bewahrt euren Stolz. Rittert euch jetzt direkt zurück nach Syltasar. Auf die Klagelied. Schneller geht es nimmer. Quest abgeben. Stimme der Horde. Bring dich Sandalari dazu, der Horde beizutreten. So. Jetzt muss man den Ruf weiterhin wieder steigern. Und dann gibt es wieder eine weitere Quest der Kriegskampagne. Super. Bleibt dabei, seid neugierig und holt euch die Art der Fakt macht. Bis zum nächsten Film.